Hi Leute, na ihr Spektitten, willkommen zu einer neuen Reaction und zwar werden wir heute reagieren auf Wars & Best Highlights, unter anderem ist da der G-Light, die G-Light, G-Slide wohl mit drin, kotzt alles voll, wie oft ich die Frage bekommen habe, hey Phil, was hältst du von dem G-Slide, ist das neues Movement-Meter, grundsätzlich erstmal, ja, erstmal fangen wir mal vorne an, lasst den Pussi Wert und kostet das Abo da, würde wirklich, ja, den Damm küssen, ich weiß gar nicht, wisst ihr alle, wo der Damm ist, schreibt es mal in die Kommentare, ne, schreibt es nicht in die Kommentare, wenn ihr es wisst, es ist ein bisschen eklig, grundsätzlich Leute, wenn ihr denkt, also wenn ihr irgendwas auf TikTok seht, grundsätzliche Skepsis, TikTok, YouTube Short, Twitter, 6 Sekunden Video, bitte ab jetzt grundsätzliche Skepsis eurerseits und lasst mir eins gesagt sein, schaut bitte bei Lennon Wars vorbei, ja, bei Jukies meinetwegen, auch bei FIFA Kill, bei Can, bei Pentagon, bei Futzen und wenn ihr bei diesen allen nicht eine neue Movement Mechanik sieht oder eine neue Meta-Waffe, die die stärkste im Spiel sein soll, dann ist es auch nicht, okay, diese Jungs verdienen ihr Geld damit, dass sie jeden Tag um Gate Call of Duty spielen, die spielen immer die absolute Meta der Meta und, äh, ja, ne, wenn ihr dann direkt Informationen haben wollt, dann geht zu denen in den Stream, ansonsten fragt mich dann meinetwegen auch im Stream, aber so eine grundsätzliche Skepsis, eine wirklich grundsätzliche Skepsis, ist bei TikTok wirklich eine absolute Voraussetzung und die werde ich jetzt von euch auch in Zukunft bitte haben, ginge dies. So, mein Facebook ist ein bisschen kleiner. Digga, ist der Beste, ne, aber RPK auch wirklich einfach geil. Nein! Kracker bekommen, ja, die Runde gewonnen, richtig. Schönes Ding, Harry. Hey, guys. Hey, guys. Jawoll, neben Warzone.de, ne. Lasst alle ein Abo bei Warzone.de da. Warzone 2 Video is a Banger. Let's go. Sven Art. Nein! Oh mein Gott, im Fliegen. Alles tut weh. Und das ist unkorrekt, was der Mann hier macht. Man kann ja auch nicht so gut... Ich habe Fragen. Digga, das ist schon wieder viel zu krass, das Video. Das ist auch, by the way, Blue. Gerne bei ihm vorbeischauen. Der ist auch geisteskranker Spieler. Das ist das L-A-H-S-L-M-G. Das ist insane. Ich habe Schmerzen. Es tut mir alles weh gerade in dieser Sekunde. Das kann ja nicht wahr sein. Oh, das ist eigentlich auch eine geile Video-Idee, oder? Schreibe ich mir direkt auf. Geil. Geil, 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 geil. Schreibe ich mir auf. Versteckte Jump-Spots. Da raffe ich aber nicht. Geht das nur im Third-Person? Dann könnt ihr mir doch einen kauen. Jetzt sind wir endlich angekommen bei dem Thema. Der sogenannte G-Walk-Slide. Digga, der sieht wirklich einfach invalide und eingeschränkt aus. Hat ja wirklich super funktioniert. Digga, wirklich. Geht es denn auch in First-Person? Das bringt überhaupt nichts. Nee, aber auch unkorrekter von ihm. Hurricane looks broken. Nee, die ist nicht broken. Lass dich gesagt, den Hurricane ist Schwanz. Okay, aber er ist kein schlechter Spieler. Das ist ein guter Clip, actually. Not bad. Meine Gegner schießen irgendwie immer zurück. Wee, wee. Hat der Duo-Squads gespielt? Metaforce, so unsympathisch, ne? Muss ich wirklich sagen. I'm sorry. Nein. Also das kannst du ja nicht ernst meinen. Oh mein Gott. Die ist schon echt geistig. Generell RPK und Last-LMG beide Meta, meiner Meinung nach. Schreibt es euch in die Kommentare, was euer Meinung nach die Meta ist, aber dadurch, dass jetzt sie... Hallo, Stimme? Kermit, wieder da. Dadurch, dass die so viel Schuss haben, es ist halt unglaublich, wie strong die sind. Ja, macht er gut. Na ja, macht er gut. Baguette. Dekolleté. Merde. Croissant. So unlustig, oder? Sag ehrlich. Mit Ciao ist das, ne? Der hat doch... X gewonnen. Stark. Cooles, gutes Gameplay. Ole, ole. Ja, macht er gut. Du hast das HCR, ne? Spielt ihr. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingswaffen sind. Das war schon echt nice. Was passiert jetzt? Ich würde durchdrehen! Das kann doch nicht wahr sein, so ein Kill. Nee! Digga, die Bohrladung. Er ist ja der beste. Stark. Stark. Was macht er? Waren das richtige Kills, oder waren das Bot-Kills? Waren einfach richtige Kills. Stark. Gut gespielt. ZGG an der Stelle. Schönes Ding, Harry. Weitermachen. Keep on this activity. Oh, nö. Ach, Mann. Das ist doch unkorrekt. Lass die doch fahren. Schurde. Oh, Giga-Chat einfach auch am Start. Schurde. Schurde. Er ist der Beste einfach. Der hat doch gerade eben schon so einen Snipe gettet. Und tot. Schade. Nein. Nein. Wo ist er denn? Türke, Türke. Ich weiß nicht, war das türkisch? Weiß nicht. Scum. Das ist P890, ne? Wieder ein Frosch im Hals. Schade. Kann ich mal reden. Höh? Hallo? Hallo? Excusi. Was passiert hier? Okay. Zombie. Zombie, by the way, der most earned Warzone-Player, also Warzone-1-Player auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe fast 400.000 oder so, aber ich vergesse es immer wieder. 416.000 Dollar. In Warzone-1. Was würdet ihr mit 400.000 Dollar machen? Boah, Junge. Das ist so traurig bei Tommi, sowas, ne? Sorry, wenn ich unterbreche, aber das ist sein YouTube-Kanal. Ich habe ihn sogar abonniert, aber er lädt einfach nicht zurück. Das ist so verschwendetes Potenzial. Einfach so ein Turnier-Win könnte er so, so einfach ganz grob zusammengeschnitten hochladen. Die Leute würden sich das angucken. 50.000 Euro. Oh, ich spiele mit Donald Trump. Digga, was passiert hier? Tick-Tock, Ju. Habe ich noch nicht gespielt. Taugt der was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und jetzt Sperma in sein Gesicht und los. Sieht schon nice aus irgendwie ein bisschen, oder? Nein, er ist im Badezimmer, ne? Naja. Er ist am Scheißen. Leg sie weg! Die M16, bist du... Leg sie weg, die M16! Nein, er kann das sein. Fick-Tock. Dieses Schwanz-Spiel. Hä? Nee. Aber dann braucht er doch ne Kill-Anzeige, oder? Ich glaube, es hat nicht gehittet. Ich glaube, es hat nicht gehittet. Ich glaube, es hat nicht gehittet. Also, er ist nicht schlecht. Wir werden dich töten. Wir werden dich töten. Ja, wir sind nicht egal, ob es dich oder nicht. Wir werden dich töten. Wir werden dich töten. Oh, f***. Sam, take me. Du hast ein guter Tick. F***. Sexy Tick. F***. Hehehehehehe. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Aber ich bin sorry, Mann. Du bist einfach... Ich brauche wirklich mehr... Ich brauche... Mehr Proximity-Zett. Oh mein Gott. Mehr Proximity-Zett. Damn. Was? Stark. Stark, 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 stark. Only DMZ-Player will truly understand, how insane this highlight is. Throwing knife? What, dude? My throwing knife? I f***ing canceled it with a mantle and I wanna nick myself. That's him right there. Yeah. Wait. Für die Leute, die keine Ahnung von DMZ haben. Du lootest die ganze Zeit deinen Arsch ab. Und dann hast du zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeinen geilen Bauplan gefunden. Oder ich weiß es nicht, irgendeinen wertvollen Gegenstand. Und wenn du dir in deinem Inventar hast und in diesen Heli steigst und von der Map wegkommst, dann hast du das in deinem eigenen Inventar in deinem Menü quasi. Und du kannst dann dazu entscheiden, ob du das in die nächste Runde mit reinnehmen möchtest oder ob das in deinem Inventar in deinem kleinen eigenen Schatzkammer, sag ich mal, drin bleiben soll. Und deswegen sind sie jetzt gerade ganz kurz davor zu überleben. Ja, weil wenn du stirbst, dann verlierst du alle deine Gegenstände, die du in der Runde gesammelt hast. Und kannst sie nicht mit nach Hause nehmen quasi. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott, so kurz vorm Exfil hat er sie alle noch gedauert, ich fasse es nicht. Die haben alles verloren. Das ist wirklich krass. Ohne Scheiß, MP7 könnte auch wirklich, äh, Sub-Machine-Gun also, ähm, Dings Sniper-Support-Guy sein Kann nur noch keiner ausprobieren, weil die halt slow ist wie Arsch, ne? Er ist ein guter Spieler, actually, oder? Animated That's better! Digga, wie viele Nukes haben die schon gezündet? Oder war das die erste? Geil Wusstet ihr, dass es einen Nukeskin einfach gibt? Das wusste ich nicht Stark Das ist so ein geiles Gefühl, den Nukes zu zünden, ohne Witz Mit Abstand, hundertprozentig Höh? Nein Er hat saved dadurch einen Raider verloren Nein, es ist in seinem Sabaton Hä? Das ergibt keinen Sinn Das war Aiden Geil Digga, was hat er denn gemacht, ey? Boah, ich dachte, der kriegt so eine gescheppert Ich dachte wirklich, der kriegt so einen gezogen Schon wieder MP7? Wusste nicht, Lieblingswaffe Da muss jetzt aber noch ein Kill kommen, weil sonst so ein bisschen, der hat sich doch da eingekauft Der hat doch mit dem Besitzer geschlafen Weiß ich nicht Shotgun muss ich auch unbedingt ausprobieren Ich glaube, die ist so okay, Alter So krank Schade Ich weiß es nicht, aber Es ist aber okay, so einen Wind zu holen Medafer wieder Leider Was ist das da hinten? Ach, Digga Ach, Digga Das kannst du dir nicht ausdenken Diese bescheuerte Bombendrohne, ne? Also, ernsthaft Stark Schnell finishen, wichtig Wir müssen uns echt immer beeilen, die Zone ist so schnell Geistgestört Kaka Iwzzz on Twitch Weiß der einfach Die Scar ist einfach geil Die Tag Nee, hat er gut gespielt Muss man wirklich eine Zeitgegitter lassen Ja, no shit War aber nice geplayt Aber da, da Da kann man schon mit rechnen, glaube ich, oder? Das ist auch geil Oh Okay, ich hab nix gesagt Nicht geil Der war? Einmal diese Lobbys Einmal diese Lobbys, oder? Einfach, einfach der langweiligste Klipp Allerzeiten, was? Niemals, das kann ich euch ja wirklich mit auf den Weg geben, niemals Wenn ihr um euch herum Gegner seht, okay? Ein 1 gegen 1, wenn wirklich an euch einer landet Kümmert euch, bitte, tut mir den Gefallen Kümmert euch nicht darum, eine Waffe zu finden Es lohnt sich nicht Die X12 ist so eine starke Piste, mit 12 Schuss auch nach Ne, mit mehr, glaube ich, mit 20 Schuss spawnt man, glaube ich, oder? Mit 17, mit 17 Schuss spawnt ihr Wenn ihr euch zum Beispiel mit einem anderen, einem einzelnen anderen um Auftrag prügelt Und dann, fangt nicht erst an zu looten, lohnt sich nicht Ihr müsst die Waffe durchladen und so weiter und so fort Auch wenn ihr Nachladen, Abbrechen drückt, das funktioniert alles nicht so schnell Ihr seid sofort tot, auch der Headshot-Multiplikator geistgestört Immer mit der X12 fighten Außer ihr seid 1 gegen 2, dann seid ihr eh fucked, Alter Das können direkt vergessen Er hat einfach genau das gesagt, was ich gerade auch gesagt habe Ich hätte einfach zuhören können Scheiße Ja, das muss ich wirklich mehr haben Anyway Leute, das war die Reaction für heute Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst uns Posi wert und kostet uns Abo da Und wir sehen uns beim nächsten Video morgen Tschüss In einem Loch könnte ich alles verlieren Deshalb bleib ich bei dir